Maria aber stand auf in den Tagen und ging auf das Gebirge und kam in das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth. Und Elisabeth ward des Heiligen Geistes voll und rief laut und sprach, Gebirteid bist du unter den Weiben und gebirteid ist die Frucht deines Leibes. Und Maria sprach.